In diesem Video lernen wir die PowerPoint-Kopf- und Fußzeile kennen, wie wir diese einfügen können und welche Funktionen es gibt. Auf computerkurs.com findest du eine kostenlose Lernplattform. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen und klick bitte auf Kanal abonnieren. Wenn du Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare. Wenn wir in PowerPoint eine Kopf- und Fußzeile einfügen wollen, dann klicken wir oben auf den Menüpunkt Einfügen und es gibt dann hier bei unseren Symbolen, bei der Symbolleiste die Gruppe Text und hier haben wir drei Symbole, wo wir zu Kopf- und Fußzeile kommen. Das erste Symbol ist sehr naheliegend, hier Kopf- und Fußzeile. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich schon dieses Fenster. Dieses Fenster für die Kopf- und Fußzeile öffnet sich auch, wenn wir hier auf Datum und Text klicken und das Fenster geht ebenso auf, wenn wir hier auf die Foliennummer klicken. Das heißt, wenn wir in PowerPoint eine Kopf- und Fußzeile einfügen wollen, klicken wir auf Einfügen bei der Gruppe Text auf Kopf- und Fußzeile, Datum und Uhrzeit oder Foliennummer. Dann öffnet sich schon unser Fenster, wo wir weitere Einstellungen für die Kopf- und Fußzeile vornehmen können. Dieses Fenster ist in mehrere Bereiche unterteilt. Zuerst schauen wir uns mal kurz an, was wir für Optionen haben. Die erste Option ist, wir haben oben die Karteikarte Folie. Meistens müssen wir bei der Kopf- und Fußzeile auf dieser Folie die Kopf- und Fußzeile bearbeiten oder einfügen. Wir können aber auch oben auf die Gruppe Notizen und Handzetteln wechseln. Dann wird bei der Notizseite und bei der Handzettelseite entsprechend oben die Kopf- oder Fußzeile eingeblendet und eingefügt. Wir bleiben wie gesagt hier bei Folie und wollen auf dieser Folie die Kopf- und Fußzeile einfügen. Der zweite Bereich ist dann hier dieser Bereich, wo wir sagen können, was wollen wir einfügen. Der dritte Bereich ist hier die Vorschau. Hier sehen wir dann, wo wird dieser Bereich eingefügt. Unten können wir dann noch sagen, ob die Kopf- und Fußzeile auch auf der Titelfolie angezeigt werden soll oder eben nicht. Und unten ist ganz wichtig, gibt es noch die Funktion, wollen wir das genauso wie den Hintergrund bei PowerPoint nur auf dieser einen Folie verwenden oder soll diese Funktion für die Kopf- und Fußzeile für alle Folien übernommen werden. Wir schauen uns aber Schritt für Schritt einmal die einzelnen Funktionen an. Das erste, was wir hier haben, ist Datum und Uhrzeit. Wenn wir Datum und Uhrzeit aktivieren, sehen wir hier schon in der Vorschau, dass definiert wird, wo bei diesen Folien-Layout zumindest jetzt das Datum und die Uhrzeit eingeblendet wird. Nämlich links unten in der Folie wird dann das Datum und die Uhrzeit eingebaut. Dann haben wir hier zwei Gruppierungen. Das eine ist automatisch aktualisieren. Dadurch bekommen wir hier ein Datum, welches als Feld eingefügt wird. Feld bedeutet, es wird automatisch aktualisiert. Wenn ich die Folie morgen, übermorgen in einem Jahr öffne, erscheint immer das aktuelle Datum. Die zweite Möglichkeit ist, ich will ein festes Datum einfügen. Wenn ich dort draufklicke, dann wird das heutige Datum eingefügt. Ich kann das natürlich auch entsprechend bearbeiten, editieren. Aber das sind einmal diese zwei groben Kategorien. Wollen wir das Datum automatisch aktualisiert haben oder ein festes Datum? Eine Aufgabenstellung könnte zum Beispiel sein, fügen Sie in der Fußzeile ein Feld für das aktuelle Datum ein, welches auf jeder Folie erscheinen soll. Dann wäre es Datum und Uhrzeit, automatisch aktualisieren und auf jeder Folie erscheinen für alle übernehmen. Wir haben hier dann noch die Möglichkeit zu sagen, wie soll das Datum formatiert sein. Wir wollen zum Beispiel, dass der Wochentag dabei steht. Wir wollen eine kurze Formatierung. Wir wollen nur einen Monat. Wir wollen keinen Tag dabei haben. Also hier gibt es noch verschiedene Datumsformate zur Auswahl. So, das ist einmal Datum und Uhrzeit. Automatisch aktualisieren oder fest. Wenn ich jetzt sage, ich will das auf allen Folien übernehmen, dann haben wir jetzt, wenn wir schauen, hier links unten auf allen Folien das aktuelle Datum. Ich könnte zum Beispiel sagen, gut, auf der Titelfolie gefällt mir das aber eigentlich nicht. Die soll nackt bleiben. Dann klicke ich wieder bei Einfügen auf die Kopf- und Fußzeile. Bleibt beim Datum automatisch aktualisieren. Nehme hier aber das Häkchen dazu, nämlich auf der Titelfolie nicht anzeigen. Wieder für alle übernehmen, dann ist hier auf der Titelfolie mein Datum verschwunden und ich habe nur auf den nächsten Folien das Datum. Eine Aufgabenstellung könnte sein, entferne das Datum von der Fußzeile. Dann klicke ich wieder auf die Kopf- und Fußzeile, wähle hier das Datum weg und für alle übernehmen. Dann sehen wir auch hier, dass alle Folien ohne Datum sind. Was haben wir noch bei der Kopf- und Fußzeile? Bei der Kopf- und Fußzeile können wir noch die Foliennummer einblenden. Wir sehen in der Vorschau wieder, die Foliennummer wird rechts eingebunden. Und wir können hier wieder sagen, auf der Titelfolie wollen wir keine Foliennummer angezeigt bekommen. Das heißt, hier nicht anzeigen und für alle übernehmen. Dann bleibt meine Titelfolie wieder weiß und leer und wir haben nur auf Folie 234 hier rechts unten die entsprechende Foliennummer angezeigt. Die letzte Möglichkeit, wie wir jetzt diese Kopf- und Fußzeile jetzt für uns einmal definieren und bearbeiten können, wäre dann wieder bei Kopf- und Fußzeile hineinklicken. Und der letzte Punkt, der uns hier noch übrig geblieben ist, ist die Fußzeile selber. Wenn wir auf die Fußzeile klicken, dann bekommen wir hier in der Mitte noch dieses Symbol oder den Platzhalter angezeigt in der Vorschau. Und wir können jetzt hier in der Fußzeile einen eigenen Text ergänzen. Zum Beispiel www.computerkurs.com Und auch wiederum auf der Titelfolie soll dieser nicht angezeigt werden, für alle übernehmen. Jetzt habe ich hier unten www.computerkurs.com auf der Folie entsprechend und die Titelfolie bleibt leer. Eine Funktion möchte ich noch herzeigen. Wir haben jetzt hier bei der Kopf- und Fußzeile eben die Folien entsprechend formatiert. Wenn ich auf Datei und Drucken gehe, dann habe ich bei meiner normalen Ansicht, nämlich die ganzseitige Folien, die erste Seite wiederum unten ohne Kopf- und Fußzeile. Wenn ich auf die zweite Folie klicke, habe ich hier eben den eigenen Text und rechts die Foliennummer. Wenn ich aber nicht auf ganzseitige Folien klicke, sondern hier auf die Notizenseite oder zum Beispiel auf die Handzettelversion, dann haben wir hier keine Kopf- und Fußzeile mehr mit www.computerkurs.com etc. Das heißt, wir haben hier bei Kopf- und Fußzeile die Funktion gehabt, hier auf die Notizen zu wechseln. Und bei den Notizen können wir hier auch explizit in der Kopfzeile oder in der Fußzeile noch einmal einen eigenen Text eingeben oder zum Beispiel die Seitenzahlen deaktivieren. Ich nehme zum Beispiel Kopfzeile www.computerkurs.com und für alle übernehme. Wenn ich jetzt noch einmal über Datei und Drucken in die Kopf- und Fußzeile hier reinschaue, sehe ich, dass nicht nur bei den Folien hier selber die Kopf- und Fußzeile aktiviert ist, sondern eben auch, wenn ich auf die Notizenseite gehe, steht jetzt oben die definierte Kopfzeile drinnen. Und wenn ich hier auf die Handzettel gehe, habe ich genauso meine Kopf- und Fußzeile, so wie ich sie für die Handzettel definiert habe. Kommentiere oder like das Video und abonniere den Kanal. Auf der rechten Seite kannst du gleich beim nächsten Übungsbeispiel weitermachen.